2017 hat Neil Patel eine Digitalagentur gegründet, die heute einen geschätzten Umsatz von 257,3 Millionen mit 800 Mitarbeitern umsetzt. Neil Patel hat auf YouTube über 1,16 Millionen Abonnenten und auf seiner Website nilpatel.com über 2 Millionen Zugriffe pro Monat. Aber wie hat Neil Patel einen so großen Wachstum im Unternehmen und einen so großen Wachstum in Social Media Kanälen hinbekommen? Dazu müssen wir uns nur seine Online-Marketing-Methoden etwas genauer ansehen. Lass mir dir aber kurz davor ein paar Infos über Neil Patel erzählen. Neil Patel hat mehrere Unternehmen, er ist aber aufgewachsen in London, also ursprünglich Europäer und ist dann nach Kalifornien gezogen. Seine Agentur hat 720 Mitarbeiter und die restlichen 80 sind eben verteilt in den anderen Unternehmen. Ich habe das mal auf LinkedIn gecheckt und ja, großteils der Unternehmer sitzen in den USA, ein Teil davon in Indien und ein anderer Teil in Brasilien. Aber auch Europa ist bald auf der Liste, weil wenn man auf die Karriere-Seite schaut, dann sucht Manager für Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Wirkt nach einem seriösen Typ genau nach meinem Geschmack, denn auch wir wollen international wachsen. Seine anderen Firmen, die du vielleicht schon mal gehört hast, auf der einen Seite Kismetrix.io, ein Web-Analyse-Tool, der andere Crazy Egg, ein AP-Testing-Tool. Nummer drei ist Ubersuggest, ein echt cooles, fast kostenfreies SEO-Tool, das du dir unbedingt mal anschauen solltest. Und Answer the Public, ein Keyword-Tool oder Frage-Antwort-Tool auch für den Bereich SEO-Primier. Schauen wir uns mal seine Online-Marketing-Kanäle an. Er hat auf der einen Seite YouTube mit 1,16 Millionen, Instagram mit 423.000 Follower, LinkedIn mit 498.000 Leuten, Twitter mit auch über 446.000 Follower, Facebook eine Million Follower. Der Podcast-Marketing-School mit Folge 2458.000 und laut eigener Aussage über 1,5 Millionen Downloads. Nilpardell.com über 2 Millionen organische Zugriff pro Monat und eine Nilpardell-Newsletter, wo es leider keine öffentlichen Zahlen gibt, wie viele Abonnenten diesen bekommen. Viele, viele Kanäle, irgendwo zwischen halber Million und Million, scheint so erfolgreich, aber die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Und dazu müssen wir uns einfach anschauen, wie Nilpardell diese Kanäle bedient. Aktuell publiziert Nilpardell circa drei Videos pro Woche auf seinem YouTube-Channel. Das ist sogar das Versprechen des YouTube-Banners, dreimal zu publizieren. Die Videos sind immer zwischen 11 und 30 Minuten lang und manchmal Szenen einfach aus Vorträgen, die er hält. Manchmal so Talking-Head-Situationen, so wie du sie hier siehst, oder ähnliches. Auch YouTube-Shorts verwendet er, das Kurzfilm-Format, das er dann auch für andere Kanäle verwenden kann. Hier postet er im Schnitt ein Short-Video pro Tag. Immer wenn ich spreche von er, ist es natürlich sein großes Team, weil er ist zwar der Kopf der ganzen Sache, allerdings ist seine Zeit auch nicht unlimitiert vorhanden. Aber eben sehr toll, wie er das hinbekommt. Auf Instagram publiziert er eigentlich diese Kurzvideos, die für YouTube vorbereitet sind, als Instagram-Reels. Fast nur mehr ausschließlich gibt es Instagram-Reels und Karusselle. Aber der Großteil ist eben Reels. Auch auf LinkedIn werden in Wahrheit die Kurzvideos hochgeladen, also nicht der Link geteilt, sondern das Video hochgeladen. Und auch primär sieht man hier ein paar kleine Ankündigungen, primär sind das die Kurzvideos, mit denen man LinkedIn bedient. Twitter gibt so alle drei bis sieben Tage einen Tweet. Hier werden immer wieder Blog-Artikel vorgestellt. Oder von seiner Brand einfach irgendwelche YouTube-Videos werden da gerepostet. Eine echte Strategie habe ich daraus nicht erkennen können. Facebook, du wirst es erraten, Kurzvideos kommen hier wieder zum Einsatz und wird einfach wieder durchpubliziert. Ab und zu gibt es Fotos von einer Konferenz oder irgendeinen Blog-Artikel, aber primär sind es die Kurzvideos. Podcast Marketing School ist ganz witzig, sie versprechen jeden Tag eine Folge, das ist im Schnitt fünf Minuten lang. Das Interessante ist, seit 25 Folgen, zumindest die, die ich ausgetestet habe, war Neil Patel nicht zu hören. Das macht er mit seinem Partner Eric Siew, der primär diesen Podcast macht, aber beide sind am Cover des Podcasts zu sehen. Und er taucht sicher immer wieder auf, aber das erlaubt ihm seine Zeit scheinbar dann doch nicht mehr. Neil Patel und SEO ist super interessant. Er publiziert ca. vier Blog-Artikel pro Tag. Dabei wird immer wieder ein Blog-Artikel hergenommen in englischer Sprache und der auch übersetzt, aber wirklich auf hohem Niveau. Werden diese umgearbeitet. Auf seinem Blog, neilpatel.com, publizieren das Team aktuell in fünf Sprachen. Man sieht auch in der Sitemap sehr schön, wann und wie oft Blog-Artikel vorkommen. Also Learnings einer zwei stärkst fokussierten Themen ist Suchmaschinenoptimierung, SEO mit seinem Blog und YouTube oder das Video-Format. Hier kurze Auflistung der Posting-Frequenz pro Channel. Du kannst das Video gerne pausieren und einen Screenshot davon machen. Das ist schon eine ganze Menge Content, aber es zeigt eigentlich, dass die Fähigkeit, wie viel qualitativen Content du eben publizieren kannst, irgendwo korreliert mit deinem wirtschaftlichen Erfolg. Was ist denn deine Meinung dazu? Poste dazu mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Deswegen solltest du aus meiner Sicht in Video, Audio oder geschriebenen Content deine Zeit und Geld investieren. Wenn du ähnlich massiv wachsen möchtest und eine gute SEO-Agentur suchst, dann schreibe uns gerne eine E-Mail an office-digital.com und lass uns einfach ein Gespräch führen. Für das Thema Video kann ich unsere Partneragentur Fugomedia empfehlen und für das Thema Podcast unsere Partneragentur The Voice Agency. Hier sieben Learnings, die ich für dich gefunden habe. Er macht eigentlich schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten Online-Marketing. Erst 2017 hat er die Agentur gegründet. Seit 2007 hat er den ersten Blog Quicksprout erfolgreich gemacht. Also auch hier war der schnelle Erfolg nicht da. Im Herzen ist er SEO. Das merkt man bei vielen Projekten. Einzel der Public hat er für 9 Millionen Dollar gekauft. Das war ein sehr schlauer Schlagzug, weshalb nicht jeder versteht den Wert dieses Tools. Er dachte eigentlich von Anfang an, natürlich bedingt der englischen Sprache in fünf Sprachen oder in mehreren Ländern zu denken. Und ich glaube, das ist ein Wachstumspotenzial, wo auch It Helps bald gehen möchte. Er versteht die Kraft von kostenfreien Tools. Ubersuggest war sehr lange kostenfrei oder ist es noch immer teilweise. Einzel der Public und ganz viele auch kleine Tools helfen ihm dabei, tägliche Besuche zu bekommen, Backlinks und so weiter. Ganz viele Dinge, die für SEO super wichtig sind. Er versteht auch, wie wichtig regelmäßiger Output ist. Also er committet sich ja tatsächlich pro Kanal, eine gewisse Qualität oder Quantität hinzubekommen. Und spannend ist, er baut eigentlich nicht alles auf eine Brand auf, also auf einen Firmennamen, sondern eigentlich alles auf ihn als Neil Patel, also auf eine Personal Brand. Wir Menschen bauen nämlich eine schnellere Beziehung zu anderen Menschen auf als zu Marken. Also ein sehr schlauer Schachzug. Er hat am Anfang dutzende Gastartikel geschrieben. Also zum Beispiel bei Hubspot hat er regelmäßig publiziert, um einfach gesehen zu werden, Autorität zu sein und am Ende des Tages vielleicht den einen oder anderen Link zu bekommen. Dir hat das Video gefallen? Deswegen freue ich mich, wenn du diesem Video ein Like oder einen Daumen hoch gibst. Wenn dich interessiert, Agentur zu beauftragen oder eine SEO-Agentur, dann empfehle ich dir, einer dieser Videos dir im Anschluss anzuschauen. Ich freue mich, dich bald im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.